Raus und nach links weg. Nee, ich bin geradeaus weg. Geradeaus? Weil ich mich umrunden will. Ich kämpfe hier mit einem Zombie. Links, links, links im Wald. Ah, da ein Wald, links, hoch, oder wie? Ah, da oben. Ne, da ist ein Zombie. Bist du tot oder unconscious? Ich bin tot. Scheiße. Aber vielleicht irgendwie meine Sachen oder sowas, müssen wir mal gucken. Ja, der wird da looten. Ah, ich hab ne Mitteilung. Wo ist mein Handy? Ich hab ne Mitteilung. Da ist mein Handy. Also der wird 100 pro looten. Du hast jetzt keine Zeit, du bist im Krieg. Fresh Zucchini. Hat jemand noch ne Mosin? Nein, ne? Ja. Ich bin auf dem Weg. Draußen hast du keine Mosin? Nein. Wo geht der? Du warst da, wo ich ganz angelegen bin, ne? Da wo du, ja. Ich hab nen Zombie am Arsch. Okay, dann muss ich fast zur Stadt hoch. Wo seid ihr denn? Äh, ich bin im Wald einfach weiterrand. Achso, hinter den Füßen. Äh. Also hinter den Füßen beim Feld vorne. Warst du nicht grad mit mir im Wald? Äh, Füßen ist zu. Äh, okay. Nein, nicht Füßen weiter rennen. Okay. Jedenfalls Füßen ist zu. Ich bin im Wald. Seht ihr mich? Äh, Moment mal. Einfach weiter hoch gerannt, wo wir grad im Wald waren. Und ich vergewisse mich jetzt, ob nicht jemand jetzt im Prison ist und uns von hinten jetzt hochnehmen könnte. Da wo wir grad standen, äh. The Prison ist noch nicht gelootet hier. Also da ist ja die kleine Stadt oder Dorf. Dort oben bei dem Dorf seid ihr okay. Ja, da in der Nähe. Komma. Also der wird jetzt 100 pro looten. Ah, alte Ausrüstung. Scheiß Busch. Auf alle Fälle 200 Musi cool. Ich muss noch bisschen laufen. Wie viel Schuss braucht der für dich? Keine Ahnung. Hat er mehrmals geschossen? Ähm. Waren die Schüsse nah oder? Äh. Gute Frage. Ach so, hast du's gehört oder nicht? Ja, ich hab's gehört, aber... hab wieder fast vergessen. Es war auf alle Fälle... Es war nah. Näher. Näher als der M4 vorhin. So, ja, okay. Quickscope, ein Zombie gemacht. Äh, ich hab jetzt ein Zombie gemacht. Toll. Zombie. Jetzt im Wald Nummer 1. Das ist halt hinter den Hangars im Wald. Ne, ich bin in der kleinen Stadt da oben. Also ich komm in die kleine Stadt. Also nicht ne Stadt im Dorf hier. Ja, ich komm in den Dorf. Ich bin am Ausgang von dem Dorf, in dem Wald, wo wir vorhin dran vorbeigelaufen sind. Alter. Ja. Ich werde gehittet vom Zombie und der steht 20 Meter hinter mir. Wenn nicht noch mehr. Dann lass mal da hochgehen, der wird looten. Ja. Wenn nicht schon fertig ist mit looten. Vielleicht können wir ihn ja waschen. Wenn nicht schon fertig ist mit looten. Aber ein bisschen was ich aussuchen konnte. Ja. Ja. So, ich bin jetzt in die... Ich komm jetzt in die Stadt hinein. Von der Seite. Ich hab's gesehen mein Bionett weggeschmissen, ich vollidiot. Wo seid ihr in der Stadt? Ich bin rechts von der Stadt. Mhm. Also von dem Dorf. Ja. Ja. Ich geh mal in die Scheune. Da. Was auch immer das ist. Ja, hier. Ich bin rechts hier. Rechts von mir? Okay. Ja, ich kämpf grad mit nem Zombie. Ja, ich geh jetzt in die Scheune hinein und kämpf mit nem Zombie. Da hat er ne kleinen, grauen Scheune da oben oder was? Da bin ich drin, ja. Da bin ich drin, ja. Da bin ich drin, ja. Da bin ich wahrer auf nem Zombie. Da bin ich wahrer auf nem Zombie. Der kommt nicht. Wart's auf nem Durst und der kommt nicht. Äh, du bist da in der Tanne, ne? Ja. Okay. Okay, da ist der Zombie. Jetzt hab ich mein Bionett von der Musi hinweggeschmissen und es spawnd nicht. Ja, genau wo ich jetzt rausgehen wollte, ist jetzt hier Action oder was? Mit Satisfaction. Ja, Mann, ey. Geht doch raus und hab da längst so viele Sachen noch safe. So, bin. Trosten? Ja. Morgen arbeiten, ne? Ja. Aha. Also ich bin jetzt in der Scheune, ne? Aber morgen Abend werd ich wahrscheinlich auch nicht online kommen. Hä? Weil ich Dienstag ganz früh open. Ich muss Dienstag um fünf schon hoch. Jetzt hab ich mein Scheiß. Äh, Mosin. Wo seid ihr jetzt? Ja, ich bin nach dem Dorf. 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 Ja, komm mal in die Scheune. Ne, was soll mir da? Hochlaufen. Ja, und zusammenfinden. Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Ja, ich bin in dem grünen Haus. Ja, wenn du direkt in der Scheune hier bist, dann bin ich auch da. Hier. Ja, ja, hier. Okay. Und ich bin, wenn ihr rauskommt, rechts. Ich bin gleich im Balota. Dann geh ich auf den Sniper-Mügel hoch. Da oben waren wir, ne? Da links oben bei den Steinen waren wir, ne? Geht er nicht zu dem Ba... Geht er nicht zu... Ja, okay. Dann machen wir. Ja. Ist jemand von euch irgendwie so am 1 Uhr morgen da? Was? Morgen am 1 Uhr, irgendjemand von euch da? Oder alle arbeiten? 1 Arbe... Ach, Mittag. Ne, 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 arbeiten. Morgen arbeiten. Ich bin alleine. Also, ich bin erst ab 6 da. Ich bin erst wieder so ab 10 da. Ich bin erst wieder so ab 10 da. Ich hab 22 Uhr. Läuft ihr immer noch da unten rum? Ja, ich bin da bei dir. Das bin ich. Ich sitze hier in der Tanne am Ausgang vom Dorf. Mittwoch hab ich frei. Okay, wir gehen hoch. Ich geh'n Hügel hoch mit dem Major. Habt ihr gehört? Mittwoch vielleicht das Deathmatch machen. Mal schauen. Okay. Wüssten aber noch gar nichts. Muss ich erst mit raus erklären. So, wenn ihr da Zeit hättet, das wäre cool. What the fuck? Was? Was ist? Bin am Airfield gespawrend. Was? Geht gar nicht. Muss ich nur in die Effizien welches? Ich bin nur geradeaus runter von dem Meer weg und dann war ich in Airfield. Ja. Warte nicht. Aber wundert, dass ich das gefunden hab. Kenn ich gar nicht von mir. Soll ich jetzt schon den Berg rauf? Ja, dann bleib ich bei Werencino, Airfield, dann kann ich mich auch so aussehen. Major, wo bist du hin? Ah, hinter mir. Da oben ist er nicht gegenüber, sollte er sein. Siehst du schon was? Nichts, ne? Soll ich bei euch überhaupt auf den Server joinen oder das ist zu gefährlich? Also dass ihr mich gleich abknallt? Ja, nur einer. Naja, also so gefährlich nicht. Ne, dass ihr dann irgendwie denkt, das bin ich. Ja, das Ding ist, ich wollte sowieso jetzt rausgehen. Jetzt müssen wir ihn nur noch zerlegen. Naja, deswegen ja. Ich geh dahin, Major, wo die Häuser sind. Ja, da sind wir auch, da sind wir auch. Okay. Und wo ist er? Da in meiner Position wahrscheinlich, ja? Ja. Also er war da, ich weiß nicht. Ob der noch da ist? Major, wo bist du nicht mehr hinter mir, ne? Ja, hinter dem grünen Haus. Bei dem grünen Haus wärst du mit nem blauen Bandana mit mir mitgelaufen. Ja, ich. Ja, wir sind jetzt rückgelaufen. Ja, bei der einen kleinen Stadt, der Major, oder? Ja. Bei den kleinen Stadt oder bei den mehreren kleinen Häusern? Ähm, bei den Häusern, wo ich dir den Sniperhügel gezeigt hab. Also bei dieser kleinen Stadt da, oder? Ja. Okay, dann komm ich da auch hin. Dann komm ich hoch. Also ich spawne da jetzt. Ich spawne da an so einem grünen Haus. Wisst ihr das? Da ist so ein grünes Haus. Einer ist oben am Berg, wer kommt da runter? Das bin ich. Ich komm nicht runter. Achso, warum bist du denn da hoch gegangen? Hey, ich komm nicht runter. Das bin nicht ich. Wer ist das denn? Keine Ahnung, schieß. Das ist ein Spieler, der schießt auf ihn. Der schießt auf mich. Der schießt auf mich, SKS. Wo ist er? Schießt. Ja, warte, ich hab keine Schussposition. Wo ist er? Wo schauen die hin? Wo schauen die hin? Ja, ich seh den nicht. Der ist Richtung Dorf gelaufen. Ich roll jetzt den Berg runter. Du auf dem Berg? Scheiße. Ja, ich hab grünen Rucksack. Ja, ich hab grünen Rucksack. Er hat ein Hunting Backpack. Ist der hier im Dorf oder was? Ne, der rennt den Berg runter. Dann komm ich von hinten. Dann konnte ich ja den abschießen. Das war der. Ich bin neun Sekunden voll im Eck. Ich war direkt hinter dem und hab auf ihn geschossen. Hat der einen grünen Rucksack? Ein Hunting Backpack hat er. Ne, dann warst du das mit dem... Hä? Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Da ist einer Richtung Dorf gelaufen mit Hunting Backpack. Und ich hab erst gedacht, das ist der Green. Ah, da oben. Ich seh den. Dann hab ich das Feuer eröffnet. Also, wo seid ihr? Ich hab den. Ich hab den. Ich hab den der Hunting Backpack. Er ist auf dem Berg oben. Er lootet den Dominic immer noch. Ah. Ich bin unconscious. Warte. Ja. Also, ihr seid jetzt beide tot oder was? Ich hab den. Nein, scheiße. Jetzt bin ich tot. Er hat mich erwischt. Er muss oben vom Berg sein. Also, ich war runtergegangen an den Bach. An dem Bach. Ich wollte nachladen. Er ist oben beim Berg recht. Äh. Ich bin wieder da. Verbinde dich. Ich muss die nachladen. Ich glaub, ich hab den. Ey, Thorsten treffen uns am Morgen zum Looten. Ich glaub, ich hab den. Ich bin mir nicht sicher. Morgen wird wahrscheinlich nix. Ach. Bin ich mit ein bisschen. Ich bin gleich da. Ich hab den. Der ist da und der ist da und der ist da. Ist da nicht noch einer? Keine Ahnung. Weiß nicht. Ich bin in der Stadt drin, gell. Ich komm nach rechts. Er hat ne M4. Mit ein Hand in den Backpack. Ja, aber hier waren auch noch SKS Schüsse. Hier waren auch noch SKS Schüsse. Also der hat mit mir auf ne SKS geschossen. Vielleicht hat er noch getauscht oder sowas. Ne, also hier ist jemand mit der M4 gewesen. Äh, ich komm jetzt den Berg runter. Nicht auf mich schießen. Ja, ich muss mich verbinden. Ich komm dann auch zu euch. Ja, und auch zu mir runter. Aber ich hab keine Bandagen. Scheiße. Ja, ich hab Bandagen. Wo bist du? Vielleicht ist der mit der SKS zu mir runter auch. Ich hab Bandagen. Wo bist du? Ja, ich hab doch ne Bandage gefunden. Ist gut. Muss ich mich nur noch bandagieren? Kopfverdammt. Ich werd beschossen. Hab Beine gebrochen. Oh nein. Nein, ich hab ruinierte Bandagen. Der ist direkt hinter mir. Ich werd beschossen. Ich werd beschossen. Ja, ich hab keine Bandagen. Ja, ich bin gleich tot. Ich hab den gar nicht gesehen. Du musst mich mal irgendwie decken, wenn du was schaffst. Ich bin auch gleich da. Ich bin gleich down. Das ist das Problem. Ja, der ist irgendwo im Berg da. Der kommt jetzt zu mir wahrscheinlich. Und bei mir ist alles verschwommen. Alter, ich hab nix. Und ich bin tot. Ja, bei mir. Ich bin am Verbluten. Das Ding ist, ich hab den gar nicht gesehen. Okay, der schießt auf mich mit einer Mosin. Wahrscheinlich meine. Mein Alter. Das kommt aber perfekt. Ich wollt sowieso auch mehr. Der schießt auf mich mit einer Mosin, toll. Wenn du tot bist, dann bin ich auch weg. Also ich bin glaub ich jetzt nach... Nach wieviel? Nach zwei Monaten bin ich gestorben, ey. Krass. Da unten ist einer. Ist hier einer? Ich bin mein grünes Haus. Ich bin mein grünes Haus. Also der ist oben oben, ne? Der ist ein anderer. Nein, ab. What the fuck. Ich bin 20 Meter von einem Zombies facken und hitten mich. Das Ding ist, ich wollte dich ja bandagieren kommen. Deswegen muss ich den Berg hoch gehen. Da hat der mich erwischt. Weil ich dachte du brauchst ja Bandagen, deswegen... Da lädt nach. Er liegt am Boden. Ich baue nur 90 Sekunden bis ich bei euch bin. Scheiße. Ich glaub den, der ist tot. Wo war der? Der ist voll am rumbuggen. Wollte auch nachladen. Und der hat gute Racks. Komm schon. Use. So. Ich kann mich verbinden. Geil. Der war hinter einem Baum. Wie viele sind noch da? Wie viele Spieler? Keine Ahnung. Der hat auch ne M4. Aber der hat auch ne M4. Woher kam der Mosin? Woher kam der Ding? Wahrscheinlich hat er meine M4. Wahrscheinlich hat er meine M4. Ne, ne. Es sind zwei Leute mit M4 hier. Weißt du. Ja jetzt kann ja eins sein. Also ich wurde von der SGS erschossen. Wie? Ja ich sehe immer noch grün aus. Nur dass ich alles grau sehe. Du bist oben auf dem Berg. Ich habe die Kappel kapatt. Hey. Wo? Kappel kapatt. Was? Ja. Habt ihr was gesagt? Ne, 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 ne. Was? Ne, ne, ne. Fahr nicht zu euch. What, what? What is? Nein sofort abwenden Sie. Ich weiß ja genau wie du ausschaust. Wir haben zwei andere Sniper. Ihr könnt mich looten. Ich hab zwei Salinwecks. Ähm. Major von der Stadt aus rechts ist der Berg wo ihr alle drauf seid. Ja also ich bin zwischen. Wo der, wo der, äh, da am Fluss sofort. Ich bin nämlich bei der kleinen Stadt da. Wo du mir gestern gezeigt hast. Genau da in der Nähe bin ich auch. Also der hatte irgendwie einen epileptischen Anfall. Die einte Reihe hier. Wo ist er dann? Von wo ist er? Wo war der Green hin? Also ich wollte den Green ja bandagieren gehen. Deswegen war ich dazwischen. Wo denn? Soll ich runter zur Stadt kommen? Ich komm runter zur Stadt. Ich geh in die Scheune. Ich geh in die Scheune hinein. Treffen wir uns. Und dann knallen wir die Wichser weg. Also ich hab jetzt zwei schon getroffen, ne? Zwei sind weg. Aber klär mich nicht ab. Ich spanne in den grünen Haus. Das ärgert mich jetzt. War ich so unvorsichtig, ey. Aber es waren zwei M4 und ich hab noch einen Mosin und eine SKS gehört. Und keine SKS und keine Mosin gesehen. Ich würde immer please wait dran. Hatte der ein Hunting Backpack? Der eine hat ein Hunting Backpack, der andere hat einen grünen Backpack. Ja das war dann der von vorhin, der hat da gewartet. Der eine hat ein Hunting Backpack, der andere hat einen grünen Backpack. Äh ich glaub, warte mal, hast du auf mich geschossen oder so? Weil ich hab einen grünen Backpack. Ne, ich hab nicht auf dich geschossen. Ich hab auf jenem anderen geschossen, der gelaufen ist, nachdem du schon tot warst. Achso, ja ok. Ok Green, ich bin da. Bei diesem grünen Tor. Ich hab geschießen. Ich bin in der Scheune. Welche Scheune? Gib nur eine Scheune. Ich kann leider keine Farben sehen, deswegen kann ich nicht sagen wo du bist. Wenn mir liegt. Ähm ich hab zwei Salim Backs, der kann es mich looten und dann holen. Ja wo ist deine Leiche? Äh zwischen den zwei Bergen, wo der Fluss ist. Ah ok. Der wird mich auch wahrscheinlich looten gehen, dann kannst du ihn gleich erwischen. Aber bei mir ist das Ding schon wieder abgeschmiert. Meint ihr wie viele waren das? Das waren zwei. Jetzt sind fast keine mehr auf dem Server. Ja das waren zwei Spiele. Die loggen sich alle aus. Ja ist doch gut, dann nehmen wir die Waffen mit. Wie heißt du denn im Spiel? Ne. Bin mich jetzt gerade wieder rausgehauen. Ich muss mal wieder. Ok, ich hab's gemerkt. Das... Das gibt's nicht, ne ey. Aaaaah wie mich das jetzt aufregt. Also ich hab auch noch eine Salim Backs, aber ich glaub die ist mittlerweile ruined. Nein das Ding ist... Wir müssen das mal fixen, Mann. Das mit den Bergen hoch... Das mit den Bergen hochgehen ist so scheiße gemacht. Ja ne, ich hab noch Kirstin geil. Ne jetzt ist... Aaaaah... Mein Fernrohr ist jetzt kaputt. Ist doch scheiß egal. Ja, die Waffen müssen wir safen. Geh deine Waffe nehmen und die geben wir morgen wieder weiter. Ja, ich hab zu lange gebraucht, leider. Sorry. Also ich kann nicht zu beiden Leichen führen. Ja, aber erstmal safen hier. Ich bin an einem grünen Haus, da wo das grüne Tor ist. Da kannst du auch schon mal hingehen. Ja, wo ist... Ich seh nichts grünes. Doch, mit... Ich seh grau. Ich seh grau. Ja, wo der... Das kleine Dorf... Das kleine Dorf, wo die Scheune ist. Wo die Scheune ist. Hast du was wo selber drin? Ich bin in der Scheune. Ok, dann hol ich dich noch. Und da in der Nähe ist meine Leiche. In der Nähe ist der Scheune. Und dann ist halt eben oben auf dem Sniperhübel. Entschuldigung. Ich hab dich gleich abgegeben. Ja, genau. Ich wollte ja zu dir hoch kommen. Und da hat der mir... Ja, da war einer von... Der war auf der anderen Seite und wollte grad in den, äh... Die Tanne flüchten, hab ich ihn getroffen. Und jetzt hat er einen epileptischen Anfall. Liegt am Boden und zittert mit seinen Händen. Und lädt die... Er hat ganze Nachladegeräusche. Ja, der hat direkt... Der hat direkt meine Beine getroffen. Ich konnte gar nichts machen. Mich hat halt direkt den Kopf getroffen. Ja, da kommt ein Zombie. Äh, Tommy, bist du das, der da ist? Nein. Er hätte den beim ersten... Doch, warte, nicht schießen. Oder den bergunter gelaufen ist. Ich blute, servus. Ah, das ist der Zombie. Der war bei dir. Ja. Hier, die Scheune ist... Ich kann jetzt grad nicht. Ich muss mir jetzt erstmal das Zombie hier wegfahren. Wenn du links hoch bist, da ist die Scheune. Da ist gar kein Zombie mehr. Warte. Der schlägt dich weiterhin am Spawnpunkt. Ich bin gar nicht mehr da. Ja, ja. Ich muss erst kurz bandagen. Wir sind direkt links hoch müssen... Ja, jetzt. Warte mal. Boah, und ich hab genau Aufnehmen gedrückt. Das ist jetzt wo beide gestorben sind oder was? Wo ihr gestorben seid und wir die an... Ich jetzt die beiden gekillt habe. Ich bin jetzt noch in der Aufnahme. So, wo ist die Scheune links oder was vom Zombie? Äh, ja. Wo du gespawnt bist, in die Richtung, die du geschaut hast, links. Ich hab dich ja gesehen. Ah, ich seh dich. Jetzt nach rechts haben wir gelebt. Ah, ich seh dich. Siehst du mich? Ah, ja. Hier. Also, ich hab ein Salinback, kannst du mir geben. Ja, ich kipp dir einfach mal eins. Okay. Oder ich hab noch zwei Salinbacks, ne, wenn ihr wollt. Ja, die sind ja bestimmt bluend. Wenn du gestorben bist. Ja, aber eine war im Backpack und eine war... Oh, keine Ahnung. Ja, ich bin zu spät reingekommen, sorry. Heutige, heutige Killstatistik eins zu eins, ne? Äh, okay. Ich bin da zu spät reingekommen, fuck. Ja, aber... Das muss mir irgendwann passieren, das Sterbe, ey. Das war jetzt wirklich zu lang. Okay, komm, zeig mir die Leichen. Laufen meine Verhältnisse auch lang dran. Komm mit. Du bist sicher, dass da keiner mehr ist, oder? Ja, ich denke nicht. Also, da war einer auf jeden Fall mit der SKS, ne? Aber der wird sich dann die Mosin von jemandem ausgelockt haben. Und die haben sich alle ausgelockt, irgendwie. Wie könnt ihr mal sagen, wie eure Mosin dann aussah? Sag das dann einfach. War die... Das war die grüne. Ja, also meine M4 war auch grün mit, äh, mit dem Aufsatz. Da hinten habt ihr gebattelt. Da liegt die Leiche, oder? Hier liegt die eine Leiche, siehst du? Ja, ich nehme mal die eine Waffe hat. Der lädt danach, wie ein Verrückter. Das ist eben die Leiche. Mit Blue Bandana? Das bin ich wahrscheinlich, weil ich beim Nachladen erschossen worden bin. Das hab ich auch noch gehört. Seid ihr zwischen den zwei Bergen, wo der Fluss ist? Am, am... Ah, wie soll ich das denn sagen, ey? Ich muss meine Mosin kurz ablegen hier. Ja, oder scheißt auf die Leichen. Geil, ich glaub ich bin oben im Norden in der Neue Stadt gespawnt. Ich hätte den ja, als er den Berg runtergelaufen ist, hätte ich den erwischen können. Aber ich dachte, das ist der Wufanda. Weil der hat dann auch einen grünen Backpack. Ne, der hat ja einen Hunting Backpack, auf den ich geschossen habe. Und einer war mit einem grünen Backpack. Das war wahrscheinlich ich, der geschossen hat auf den anderen. Aber du warst nicht oben auf dem Berg, hast du gesagt? Doch, ich bin ja hochgegangen. Und dann wieder runtergelaufen, oder was? Und dann wieder runtergelaufen, hinter dem Typen her. Aber dein Charakter war doch... Green, hast du irgendjemanden getötet mit dem Charakter irgendwie weiblich oder so? Keine Ahnung. Weil das war, glaub ich, irgendwie weiblich. Die Munibox mitnimm. Ne, der Thorsten war's nicht. Nimm mal die Munibox mit. Die ist leer, oder was? Ich hab schon zwei, die ist leer. Okay, wir haben den Rest mit. Nimm noch irgendwas Zeugen mit. Hab ich schon. Das ist ruined. Okay, wo ist die andere Leiche? Da musst du das Zeug mitnehmen. Also meine ist zwischen zwei Bergen da. Ah, ja, laufen wir grad hin. Also seine müsste hier irgendwo sein, theoretisch. Die Berge sind doch hinter uns. Du hast beim Bach gesagt, ne? Ja, am Fluss da. Weil seine Leiche hab ich nicht gesehen. Da sind zwei Berge, da. Komm mit. Rechts. Also zwischen unserem Sniperhügel. Und, äh. Und du bist den Berg nach oben gelaufen, gell? Ja, fuck. Ich? Ja, ich wollt halt den Green, wann wir gehen gehen. Ja, du konntest aber nur laufen da, oder? Da ist die Leiche. Ja, nur gehen. Ja. Okay, du bist den falschen Berg aufgelaufen. Wenn da die Leiche ist hier. Ne, ich kam ja dir entgegen. Dann wurde ich geschossen. Und der hat meine Beine getroffen. Und dann wollte ich mich rollen. Und hab mich gerollt. Der hat zurückgerollt. Und dann waren wir zwei. Ja, nee. Ich danke. Der meint den anderen Hügel. Bring mich um. Welch? Andere Seite. Da war ich. Ach so. Ah, da oben zwischen den zwei Felsen. Genau. Ich bane mal hier die Aufnahme. Wie sehen uns wieder, wenn's Action gibt. Tschüss. Also bei mir auf dem Kanal gibt's gerade Action. Ihr kennt ja unseren Sniperhügel, ne? Wo wir uns eingeloggt haben. Ja. Wenn wir jetzt da aufs Airfield gucken. Einfach links runterlaufen. Dann kommt erstmal ein Fluss und dann wieder ein Berg. Und da liege ich sofort am Anfang. Ja, kenn ich dir. Sofort wenn man den Fluss weiter überquert und dann... Oh Gott, das dauert da. Und dann geradeaus weiter, oder? Ja. Und dann kommt direkt ein Berg. So hier irgendwo liegen. Das die andere Leiche, die ich getroffen habe. Da müsst ihr mich auch sofort sehen. Also ich lieg sehr offen. Tschüss. Auf jeden Fall, das war die neue Stadt im Norden. Ah, das war wieder der mit dem Hunting Backpack, ey. Das ist krass, ey. Den nicht. Der die ganze Zeit da gewartet hat. Ja. Ja. Siehst du ihn? Naja, aber ich weiß wo die andere Leiche ist. Müsste hier irgendwo da hin. Das muss aber auch dort sein, ne? Da hängt er dich gefetzt. Krass. Bei dieser Futtergrippe. Wo bist du denn da gewesen, Major? Bist du vorbei an der Futtergrippe? Äh. Ne, links. Da links den Berg runter. Arsch weg. Okay. Ja, nicht durchlaufen. Nicht crossen. Niemals crossen, ey. Ja, guck mal. Wenn du jetzt da den Berg links runter rennst, ne? Wenn du aufs Airfield guckst und dann links runter. Ja. Ist irgendwo vor dir ein Fluss. Irgendein Fluss. Oder Bach. Ein Fluss, ja. Genau. Seine Leiche lag genau hier. Und ähm. Den, den ich erschossen habe, war genau hier. Da gegenüber, wenn du am Fluss bist, fängt doch sofort wieder ein Berg an, ne? Ja, links. Die Leiche ist schon weg. Äh, nicht links. Ich bin rechts am Stadtteil dann. Sofort am Fluss bis hin. Sofort am Anfang des Berges. Also einfach. Okay. Also. Eine Leiche hier ist schon weg. Eine Leiche könnte weg sein. In der Nähe, in der Nähe vom grünen Haus da im Dorf. Ja. Ich darf grad hin. Bei dem Hölzstab ist es vorbei oder nicht? Was? Bei diesen Hölzern da vorbei oder nicht? Ne, ne. Einfach, äh, den Fluss überqueren. Und dann siehst du mich da 100% wenn du rechts orientiert läufst. Rechts orientiert. Ich seh dich nicht. Du bist jetzt am Fluss? Da ist schon wieder der Nachlade, Charlie von gerade. Seh ich die Leiche? Oder bist du das? Ne, ne. Äh, bist du denn am Fluss? Ja. Ich seh dich, der liegt runter. Kack, lieber quer den, ne? Ja, wie? Links rum oder rechts rum? Ähm. Ja, wie soll ich das denn? Aber die andere Leiche ist auch schon weg. Es kann sein, dass deine schon weg ist. Ja, warst du links vom Fluss oder rechts vom Fluss? Sag mir das mal. Kommt drauf an, von welcher Richtung du kommst. Ähm, von der Stadt aus. Ich schau jetzt, äh, die Stadt ist in meinem Rücken. Dann bin ich links. Links vom Fluss. Und da geht so ein Berg nach oben. Richtig? Ja. Also du kommst deinen Sniper über... Darf schon wieder ein Zombie, warte. Du kommst deinen Sniperhügel runter? Die Zombie ist gerade umgefahren und runtergefahren. Ja, mein Sniperhügel runter. Und jetzt bin ich links vom Fluss. Und dann muss ich noch ein Stück nach links, oder? Den Berg hoch. Wenn du deinen Sniperhügel runterkommst, dann ist dein Fluss vor dir, dann rennst du rechts. Green hat dich verwirrt. Ups, user in your channel timed out. Ja, Green. Es war der Green Fluss. Ich weiß nicht mehr, welcher mein Fluss war. Äh, mein Sniperhügel. Ja. Vom grünen Haus aus. Wo musst du denn da hinlaufen? Lot's mich einfach mal. Grünes Haus, okay, und dann? Grünes Haus am Rücken, und dann? Ähm, sofort dahinter ist auch ein Wald, ne? Ja. Mit dem Hügel. Ja. Da irgendwo lieg ich. Ach, rechts vom grünen Haus, okay. Genau. Äh. Da irgendwo sofort, äh, am Ende des Berges, sag ich mal so. Ja. Also jetzt nicht ganz hinten, sofort vorne irgendwo hinter der Tanne, musst du mich eigentlich sofort sehen. Also noch näher an der Stadt dran, oder wie? Ja, ja, ziemlich klar. Ja. Muss mal suchen. Ja. 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 Ja, der ist ja die ganze Zeit und vielleicht noch immer noch. Also hätt ich da geschossen, hätt ich dich getroffen, ne, draußen. Tio. Dafür hab ich den anderen nicht getroffen anscheinend. Ja, ich wusste jetzt nicht, wer wer war und so, deswegen. Ja, das war die Rache für vorhin, weil ich jemanden getötet hab. Ich glaub deine Leiche ist schon weg, da liegt nix mehr. Geh auf, kriegt man bitte schon Break. Ist er schon ab, ey? Ist er schon ab, ey? Ist er in den Berg ein Stück hochgegangen? Nicht wahrscheinlich, oder? Ne, ne, ne. Total. Doch auch, wenn du jetzt im Wald bist, da hinter dem grünen Haus, ne, ist doch sofort, kannst du auch den Fluss sehen, ne? Ja. Ja, da irgendwo lieg ich rechts vorm Fluss. Naja. Da ist leider nix mehr. Ja, ist scheißegal. Ah, die Waffe wär halt ganz cool gewesen. Ja, die krieg ich doch wieder. Wird die Tage gelootet. Bis zur nächsten Sache zur Aufnahme. Boah. Ich bin ja schon am Airfieler, also muss ja nicht mehr viel laufen. Kannst gleich die Waffe haben, wenn du willst. Ich glaub du bist am falschen Airfieler. Ja, ich bin am falschen, aber ich kann ja wenigstens da looten. Das waren aber dann drei Spieler, ne? Ja, müssen drei gewesen sein. SKS, äh, M4 und Mosul. Vielleicht waren's die aus den Baracken. Dass wirklich die zwei in der Baracke waren und der drinnen auch in den Laufen hat. Ja, da, ja, da hab ich... Weil die, die Mosul rumgepackt hat. Dominik hatte die nicht gesehen. Und dann wollte ich die Mosul haben und dann war das Long-Scoach weg. Und dann hab ich Dominik die zurückgegeben und war wieder alles weg. Ja, ich schattete wirklich fünf Minuten, wir konnten die fünf Minuten weghauen, weil die standen sehr frei da an den Baracken. Oh, ich hab keine, das glaub ich mir nicht überzeugt. Juhu. 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 Juhu.